Hallo zusammen, ich bin Alex, ich bin Medizinprodukte-Technologe im ersten Lehrjahr und möchte euch mal den Berufsalltag zeigen. Kommt mal mit. Da sind wir in der unreinen Seite, da kommen die im OP benutzten Medizinprodukte zu uns wieder zurück. Und wir tun sie dann wieder fachgerecht wieder aufbereiten. Was ist die Berufsalltag für Medizinprodukte-Technologe? Die Berufsalltag für Medizinprodukte-Technologe sind, du darfst keine Angst vor Blut haben, musst sorgfältig und präziser arbeiten gehen und zudem musst du technisch auch versiert sein. Das Coolste an meinem Beruf ist, dass ich Instrumente aufbereite, die den Chirurg braucht, um das Leben zu retten. Und ich somit einen grossen Beitrag zum Wohl unserer Patienten leisten tue. In der reinen Zone wird die Aufbereitung von den Medizinprodukten fortgesetzt. Dabei werden die Instrumente optisch kontrolliert, auf Funktionen geprüft und nach siebelnig gepackt. Nach der Verpackung werden die Instrumente noch sterilisiert und auf die jeweilige Abteilung gebracht. Wir suchen Menschen mit Kopf, Hand und Herz und wenn es dir gefallen hat, tust du dich doch bei KSA bewähren.